Dinkel Frischkornbrei Tun ihn in eine irgendwie geartete hübsche Schüssel und füllen sie das mit Wasser so auf, dass das damit bedeckt ist und dann kann man das am nächsten Tag in Müsli essen, man kann es mit Joghurt, mit geschlagener Sahne, mit Obst, mit geröstetem Sesam, mit gerösteten Sonnenblumenkernen, Rosinen, vielleicht auch mal ein bisschen Zimt dazu, also ihrer Fantasie werden keine Grenzen gesetzt. Das Schöne am Dinkel Frischkornbrei ist, dass er die Verdauung reguliert, also das heißt er nimmt Giftstoffe aus dem Darm auf und egal ob sie tendenziell eher unter Verstopfung oder unter Durchfall leihen, was man ja vielleicht im Alltag nicht tut, aber trotzdem regulierend heißt, dass er die Funktion übernimmt, dass der Darm sich wieder einregelt. Schmeckt gut, hilft, viel Spaß.